Okay, kann man den abbrischen. So, weitere Vasallen. Der kann man warten. Dann landen wir mal. Wie lange dauert das, bis das weg ist? Noch ein paar Tage. Oh, gleich habe ich kein Gold mehr. Verdammt. Okay. Gott. Die machen fertig hier. Der hält das noch. Drei Tage. Ungefähr jetzt. Shit. Autsch. Dies machen wir aber keine Chance, wie es scheint. Mal ein verlorener Kreuzzugsabwechslung. Oh, ich habe gerade zufällig Steuern bekommen. Was? Das Reich verliert ein Vasall. Was denn? Wenn ein Vasall fremdlichen Titel erb ist. Jetzt. Der Haupterbe ist Du. Ach ne, der erbt ein Fremdländischen. Wien denn? Was denn? Ah, von Nordhamburg, ja. Das ist ungünstig. Müssen wir dich eigentlich ausschalten, ne? Normalerweise. Haben wir gegen irgendjemand ein Todmittel zufällig? Ne. Schlecht. Die müssen wir eigentlich schnell ausschalten, sonst haben wir noch ein kleines Problemchen. Oh, das ist ja nicht verstärkt. Ne. Oh. 10.000 dann gleich mal verstärkung wenn doch nicht alle darunter in den todesfalle was macht ihr es ist halt nicht viel aber ein versuchungspaar ist diskret sehr gut so wurde jetzt schon da geht aber können wir am geld bitten sehr gut ich bin ja mal gespannt ob wir noch etwas reisen können aber das sieht nicht so aus warum nehme ich schon wieder was entgegen ich habe was besetzt wir werden das schaffen schwierig 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 können wir ja noch jemand einladen mag drauf nur die mag jeder so ein ist das ist natürlich unpraktisch und aufgedeckt schon wieder verloren verwundet ist nicht gut verwundet ist nicht gut ich kriege jetzt eh gleich vorbei oh ein neuer erbe konstantin das ist doch ein schöner name so ich hoffe dass taugt was immerhin genie das ist gut so wer war das machst du das ich glaube schon ne wo war das oh zwei gleich du auch was appst du denn königreich von oh hoffen wir dass der vorher noch stirbt ne so mal gucken ob der noch stirbt vielleicht das wäre gut niederlage kreuz und niederlei das war aber nichts 20 prozent aber hin so müssen geht das war auch nichts der kreuzzug leider druckmittel haben wir noch was wir sind irgendwie den bruder los werden hier titel becken so vielleicht spielen hier nochmal vielleicht haben wir glück kern aus 17 monate sehr gut so willst du mal hier wieder das hier stört ein bisschen prinz provol wird königreich erben ich dir was aberkennen ne und könnte ihn höchstens umbringen Unabhängigkeit gewähren Einkägern Das ist der Prinz, der müsste den auf den Dron bringen, das geht natürlich so nicht. Das Geld nehme ich doch gern. Versorgungsschwelle Aufgebotsgröße Geld Das klingt auch viel besser. Der Antleid ist fest. Das geht natürlich nicht hier. Einfach unsere Gewänder schmutzeln machen. Nix da. Eine eifrige Fronatur, sehr schön. Das hilft doch. Ich möchte euch noch in Weisheit meinen Anspruch auf Scheich und Abraci in Betracht zu ziehen. Es ist nicht richtig, dass Scheich-Uterne als Dronauer im Schloss sitzt und mein Testil verspottet. Meins Von was? Das hier. Da oben. Da oben. Mal schauen. Ich muss diesen Erben irgendwie ausschauen. Der Kreuzhörer bekommen, wie Sau. Das hier. da hinten ist aufgespürt Und dann haben wir hier oben auch versucht Geheimnisse auszuspüren, wo er einen Chi hat. so so der fraktion hier denn diesmal ja die wollen nicht so das hier stört jetzt alles ein bisschen das ist doof wo der ist sogar im gefängnis der stirbt bald schwierig wir haben erfolgreich konvertieren moment ist das da das passiert so mit wem bist du verbündet die nennen okay das ist kein problem aufopferungsvoll da müssen wir noch ein bisschen warten das ist Oh, ich bin von England und ich bin von Basalen. in das Wüstentümer. Wohin geht es denn? Tyrannei. Hat er wieder Scheiße gemacht? Scheint so. Na super. So, mal hier den Dingens austauschen. Gegen die Nuno. Oh. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Schlecht. Ah, was ist so? Einmal da hoch, bitte. Äh, jo. Ich kacke mal ein. Was hier unten ist ein extra Herzogtum? Okay. Ein Mini-Herzogtum. Oh, Moment. Fraktionen, die sind nicht gut. Oh, er wurde verletzt. Das finde ich gut. Vielleicht stückte er zufällig. Das fände ich gut. So, was haben wir denn hier so schönes? Da ist noch ein Zulberbefehlshaber. Herrisch. Äh... Ärztin ist noch da. Okay. Müssen wir eigentlich noch was konvertieren. Kann ich schaden, ne? Hier unten zum Beispiel. Apropos Kerker. Da ist jemand verstorben. Du hast diverse Ansprüche. Auf was denn? Die Sachen hier hinten. Die Sachen hier hinten. Das ist schön. Weg mit dir. Auf in die Schlag. Vielleicht was der nochmal verhuntet. Eher nicht. Okay. Schade. Ähm... Schwerer Gesundheitsmalus. Ist aber in Ordnung. Sehr schade. Richtig ein Kerker. Hm. Schaut hier mit Mord aus. Eigentlich besser. Du bist unsüchtig. Hm. Ähm...